Ich habe einfach mal das Spike genommen, was angeblich hier für Blut sein soll oder man nehmen soll oder so weil wegen. Warum habe ich die Information nicht von den Nachteilen? Ich hätte nur Tron gewesen. Oh Gott. Hast du einen Kass dabei genommen? Nein. Ich kann nicht. Oh shit. Hey, this time won't allow for camera to change a bit. Oh, ich habe... So wähig. Achtung nicht mehr. Oh nein. Oh steht das für ein Bives, family. Oh nein. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich fahrs ja eigentlich ziemlich gut würde ich sagen, normalerweise hat man nicht so, oh Gott, Schwalmbeißer irgendwann nur gefahren bei diesen komischen Equatiles im Obst, aber oh Gott, aber bis auf das ich da gefällt habe, fahrs ja ziemlich gut würde ich sagen. Könnte man sich überlegen anzuschaffen. Könnte. Oh Gott. Oh Gott, oh, 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 oh ist gar okay. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott. So gut, dass wir zum Beispiel damals schon mal angefangen haben und damit auch Erfahrungen sammeln konnten bei dem Translaten. Also wir wissen, alles klar. Also wir wissen, wir... Eigentlich müssten wir ja kein Elden brauchen, aber wir müssen das ein Slytherin geben. Ja. Kommentar, wir sehen. Chara. Oh Gott, ich weiß ein Timer. Äh, ich meine... Isam. Ach. Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie wir zuvor... Ich weiß nicht, wie wir zuvor... Ich bin im Shuttle. Ja, da sag ich's nicht. Was denn? Ich weiß nicht, wie 18 Sekunden hinter dir war ich zweimal runtergefallen. Das ist der Wahnsinn. Oh Gott! Die Medaille ist schon mal... Oh ja, ich hab jetzt schon wieder... Ich hab zwei Sekunden aufgeholt. Ja, ich bin auch... Einer war zum nächsten, wird mir hier katapultiert. Mit meinem Bulle-Kuh-Fell, mit der ihm total nix bringt. Weil er aufm Weg eh nicht geschossen wird. Und wenn ich jetzt nicht mehr fahre, schon aufm... Was? Oh Gott, das finde ich relativ... Verfehlst mich mal. Ehe nicht, würde ich sagen. Hätte ich es mal nicht gesagt, hätte ich es mal nicht gesagt. Da fahr ich fast schon wieder rein in der Handgelo, oder? Da muss es also so kommen. Ich falle da hinten gleich sowieso wieder runter, das weiter geht es schon. Das ist ja gleich so frisch zu essen. Oder Rahmen. Was? Schön mit dem Orange. Oh Gott, jetzt muss ich nicht verhängen. Ah, das ist gerade easy. Bike Rain gewinnt der Rhein, also nun selbstverständlich wieder. Was denn auch sonst? Itzi. 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 Das war kein Anleger. Itzi. Mich? Amagant Du möchtest in dein Abteil Ja schon bei der Deutschen Bahn zuhause Die ganzen Züge haben wir jetzt zitiert Das ist dein nächstes Video Ja ist die ganzen Züge am Exhorzieren Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal